Hi Leute, hier ist eure Skydorissa zu einem kleinen Infovideo, schrägstrich Bekanntgabe der Abstimmung für den Kurzsonntag. Zunächst einmal zum Infovideo, ich entschuldige mich als allererstes mal dafür, dass gestern der Stream ausgefallen ist, letzte Woche auch, es hat mit der Schule zu tun. Ich habe ja noch keinen Notenschluss, keine Sommerferien, die habe ich erst Ende des Monats und jetzt ist halt wirklich diese Zeit, wo ich Projekte abgeben muss und alles. Da bin ich ein bisschen in Diskrepanz geraten. Ich habe dafür allerdings auch eine kleine Entschädigung für euch vorbereitet. Die gibt es einmal heute Abend und morgen früh, beziehungsweise morgen früh, morgen Nachmittag. Ich habe nämlich vor, das Kirby-Finale vorzuverlegen. Ich werde heute noch zwei Videos raushauen und morgen dann das Finale und den Arena-Part. Der Arena-Part ist der letzte Part des Let's Plays. Und damit ist dann Kirby auch abgedreht und beendet. Das ist auch unter anderem sozusagen als kleiner Ersatz dafür, dass keine Streams gekommen sind und hat auch noch mit etwas anderem zu tun. Dazu komme ich jetzt aber, nämlich dem Kurzsonntag. Die erste Abstimmung ist vorbei. Für diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen haben, der Kurzsonntag war eine Abstimmung für ein Projekt, das in Zukunft sonntags mit einem Part kommen sollte. Oder ein Projekt, das kommen sollte sozusagen, wenn ein anderes Projekt ausfällt aus irgendwelchen Gründen. Ich hatte fünf Spiele zur Auswahl gestellt, A Link to the Past, Tales of Hearts A, Persona 4 Golden, Time Hollow und Final Fantasy XIII. Und ja, ich habe mit einigen Spielen da deutlich überrascht. Habe ich aber auch absichtlich gemacht, weil ich auch mal sehen wollte, wie ihr so reagiert, wenn ich mal neue Franchises vorschlage. Naja, jedenfalls, bei der Abstimmung hat eindeutig Persona 4 Golden gewonnen. Es hat fast zehn Stimmen Abstand im Verhältnis zum Zweitplatzierten. Und deswegen habe ich eine kleine Entscheidung getroffen. Ich werde Persona 4 Golden nicht in den Kurzsonntag packen. Nein, ich habe vor, Persona 4 Golden zu bringen nach Kirby. Ich weiß, damit setze ich mich ein bisschen mehr unter Druck, in Anführungsstrichen. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, ihr möchtet das sehen. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, ziemlich Bock auf das Spiel. Ich habe es mir jetzt auch schon extra dafür geholt. Obwohl es momentan ein bisschen knapp bei mir ist. Habe ich es aber noch geschafft. Und ich versuche es morgen mit Part 1. Aber ich kann nicht versprechen, dass es klappt wegen der Schule. Und an sich, aufgrund dessen, dass jetzt so viele für Persona gestimmt haben. Natürlich auch für andere Spiele. Und ja, es gab auch zwei Stimmen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht in Ordnung finde, wenn ich jetzt den ersten sozusagen als festes Projekt mache und dann sozusagen gleich den Zweitplatzierten nehmen würde und dann in Anführungsstrichen unrechtmäßigerweise den zum Kurzsonntagprojekt erkläre. Und deswegen habe ich beschlossen, ich werde die drei Spiele, die nach Persona vorkamen in der Abstimmung von der Stimmenanzahl her, nochmal in eine neue Abstimmung packen. Und ihr dürft dann mit einer Stimme nochmal eine Stichwahl machen. Das ist auch unter anderem für diejenigen, die jetzt wirklich für Persona gestimmt haben oder für diejenigen, die zweimal für ein gleiches Spiel gestimmt haben, dass die sich nochmal umentscheiden können, damit ich dann auch wirklich ein gerechtes Ergebnis für alle habe. Die Stichwahl wird sofort anfangen. Ihr werdet den Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren finden. Oder nur in der Videobeschreibung, weiß ich noch nicht. Gucke ich mal. Ich muss die Polja noch machen. Und ihr dürft dann bis morgen, ja sagen wir so morgen 20 Uhr abstimmen. Und dann werde ich das Spiel, was dann dort gewinnt, in den Kurzsonntag hineinnehmen. Einfach auch, um wirklich ein gerechtes Ergebnis zu haben. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Wahl einverstanden. Wenn ihr dazu Kritik habt, ähnliches, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde es bloß euch gegenüber fairer, wenn ich es so mache. Das ist der einzige Grund, warum ich das jetzt tue. Und an sich, ähm, ich hoffe, dass ich bald wieder mit den Videos zu Rande komme. Ich werde mich jetzt auch extra nochmal hinsetzen und versuchen, neben meiner Berichtsschreiberei noch ein bisschen zu drehen. Ich kann nicht versprechen, das, was dabei rauskommt, ist es momentan auch irre heiß. Und dementsprechend schlägt das auch auf die Motivation, weil es sind 43 Grad draußen. Ich meine, mein Büro ist ja nun schon einer der kältesten Räume in meinem Haus, aber es ist warm. Es ist zu warm, es ist zu heiß. Naja, egal. Also ich versuche, was rumzukriegen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass das Kirby-Finale ein bisschen vorverlegt wurde. Und ich würde dann sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit den Videos, die kommen werden. Ich hoffe, ihr seid auch mit der Entscheidung um Persona einverstanden. Und ich würde dann sagen, bis bald, Leute. Bye, bye.